Hallo und so und schönes dabei bist. Wir spielen eine Runde Minecraft Jump League und warum spielen wir Jump League? Es ist einfach zum Aufnehmen und ich habe keine Zeit und tja, deshalb spielen wir Jump League. Ja, auf jeden Fall gibt es nichts Neues. Es gibt auch generell, es gibt eigentlich schon was Neues, aber es ist leider nichts Positives. Und zwar, die Pollen töten mich so langsam auch. Ach scheiße, ich bin auch dämlich. Und tja, deshalb klinge ich wahrscheinlich ziemlich schön scheiße, aber gut, das ist ja mal kurz egal. Und tja, ich hoffe wir können hier in der Runde auch endlich mal was reißen, nicht so wie die letzte Runde. Letzte Runde war echt krass, der Typ war einfach so schnell fertig und trotzdem hat er eigentlich verhältnismäßig schlechtes Equipment. Dafür, dass der jetzt halt echt innerhalb von, keine Ahnung, zwei Minuten oder drei da durchgejumpt ist, durch alle zehn Module. Warum nehme ich das eigentlich immer mit? Keine Ahnung, weg damit. Habe ich mir bei GLP abgeguckt, nicht angeguckt. Ah, ja geschafft, hier easy, Level 3, genau. Wir sind in Level 3 auf jeden Fall bei Jump League. Schön, dass ich immer wieder dieselbe Hose bekomme. Ich hätte ja gerne mal eine Kettenhose. Tja, und es gibt nichts Neues. Ich hoffe, ich habe es jetzt endlich mit der Qualität gefixt bekommen letztes Mal. Es sah echt, ich muss es leider echt zugeben, es sah beschissen aus. Es sah hardcore beschissen aus. Aber ich hatte keine Zeit, jetzt nochmal ein neues Video zu schneiden, beziehungsweise aufzunehmen. Ich hatte ja davor schon ein Fail, wie ich gesagt habe, als es dann OBS nicht aufgenommen hat. Und ich vergesse, dass ich jetzt Inventar auf G habe. Und das ist auch gut eigentlich so, weil letztes Mal bin ich dreimal auf die E-Taste, glaube ich, aus Versehen gekommen. Und bin dann halt auf einmal deswegen gestorben, obwohl ich den Kampf gewinnen hätte können. Ich glaube, ich bin hier falsch. Oder doch? Nee, doch, ich glaube, ich bin hier richtig. Genau. Ah, sie sprünge. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen, oder? Oder? Bin ich im Kreis gelaufen? Nee, bin ich nicht. Ha. Eisenhellen Chain Leggings. Zweimal in derselben Kiste. Kann ich richtig gut gebrauchen. Danke, Playmanity. Kann mir nichts Schöneres vorstellen, als zweimal dieselbe Hose. Oh, ich habe vergessen, Musik anzumachen. Äh, kleiner Disclaimer. Keine Ahnung, wie man das nennt. Ähm, ich kann, dadurch, dass ich jetzt gerade keine Zeit habe zum Schneiden, also Nachbarbetten, ähm, kann ich nur immer wieder dieselben Tracks spielen lassen. Und ich glaube, der ist auch viel zu laut, deshalb kurz leiser gemacht. Jetzt höre ich mich selber kaum noch, das ist behindert. Äh, ja. Also, wie gesagt, keine Zeit. Tut mir leid. Oh, endlich eine Eisenachst. Habe ich schon einen Eisenhelm? Ja. Und, oh, ich habe den Sprung geschafft. Und ich, ich habe gerade, habe ich irgendwas weggeworfen? Ich weiß es nicht, aber ich habe erst vermutet, dass ich meine Eisenachs gerade weggeworfen hätte. Und das hat mich sowas aus dem Konzept gebracht. Na, da ist ja noch eine Glasscheibe. Oder? Ist da noch eine Glasscheibe? Macht es den Sprung einfach so easy, dass ich komplett... Oh Gott, da ist eine Glasscheibe. Wenn ich versuche dann die ganze Zeit auf... Noi! Schöne Leertaste habe ich auf jeden Fall. Muss ich auf jeden Fall mal... Muss ich auf jeden Fall mal irgendwas Neues nehmen. Ja, okay. Eigentlich ist die Tastatur eigentlich gar nicht so kacke. Nur, ich bin halt verdammt scheiße. Ich habe mich ja nochmal umbenannt, by the way. Weil Enter YouTube ist. Was für hoher Sinne. Ja. Und warum? Ey, so schwer ist das Modul. Es ist echt überhaupt nicht schwer. Nur der letzte Sprung ist nur so ein kleiner Abfuck. Vor allem, wenn die Leertaste nicht funktioniert, Alter. Ihr hört... Okay, ihr hört es wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe es so ein bisschen geändert. Aber... Ich drücke die Leertaste rechtzeitig. Und... Er springt halt einfach... Ich verarsche mich halt auch selber gerade so ein bisschen, ne? Ich bin einfach zu... Behindert. So, jetzt aber. Ja! Geht doch. Nichts anders gemacht, Alter. Bei den letzten Sprung. Einfach nur mehr Glück gehabt, dass die Leertaste gerade reagiert hat. Und das bei 1000 Megahertz Abtastrate, Alter. 1000 Mal die Sekunde tastet die Tastatur ab. Oh Gott, was ist das denn für einen Zungenbrecher? Ob ich auf die Taste gedrückt habe? Oh, doch mehr Zungenbrecher. Ich habe einen Screenshot gemacht und wäre fast runtergefallen. Deswegen GG. Ja, ich mag meine Leertaste auch auf jeden Fall. Aber wenigstens haben wir diesmal nicht so ein Durch... Oh ne, ich bin doch behindert. Ich habe gerade auf das Leaderboard geguckt und bin deshalb runtergefallen. Wenigstens haben wir diesmal nicht so ein Durchrusher dabei, der... Der war echt, glaube ich, jetzt schon fertig. Dieser Moment, ne? Wenn man halt sogar noch früher drückt, weil man weiß, dass man den Sprung ja eh schaffen könnte. Aber er trotzdem nicht springt. Ich kann ja mal gedrückt lassen. Ich lasse jetzt mal einfach gleich gedrückt bei dem Sprung. Und mal gucken, was dann passiert. Vielleicht hält er sich auch einfach nicht an der Leiter fest. Gibt natürlich auch. Ey. Was soll ich denn machen, außer Sneaken drücken? So. Also das war jetzt einfach nur geistesbehindert, glaube ich. Das war einfach nur... Ich bin dumm und ich weiß es. Ich will ja niemanden flame, aber... Ich flame einfach mal mein D-Board. Alter, das ist scheiße. Ja, guck. Sobald hier einmal... Oh Gott. Sobald einmal diese Drecks... Oh, ne. Da kommt... Bitte, danke. Bitte, danke. Und die Kiste ist einfach der größte Bullshit, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Okay, vielleicht nicht ganz, aber schon ziemlich kacke. Alles dreimal drin, Alter. Ich schaffe den Sprung nicht. Ich weiß es jetzt schon eigentlich. Ich habe ihn geschafft und jetzt schaffe ich... Komm. Oh Gott. Fast wäre ich zu weit gesprungen. Oder ich dachte zumindest, dass ich zu weit springe. Und das Modul macht auch richtig viel Spaß. Von wo muss man hier springen? Ich weiß es nicht mehr. Kann man hier irgendwo hoch? Ich glaube, der Sprung war einfach nur richtig asozial. Ja, er war richtig asozial. Vielleicht sollte ich mal nach links springen, um mir selbst... Nein. Selbst einfacher zu machen. Alter, wie viele bei dem Modul hinter mir gerade hängen. Das ist halt auch ein richtig asoziales Modul. Ich sage einfach... Ja, ich sollte vielleicht mal rechts springen. Oh, ich habe es geschafft. Um es mir einfacher zu machen, was mache ich? Erst mal wieder links springen. Drei Mal später. Drei Sprünge später. Ey, dieser Typ, ne? Dieser Typ, der dieses Modul gebaut hat. Der gehört doch gesteinigt. Nochmal. Komm, dasselbe Lied. Oh, haha. Oh, haha. Ich mache mal wieder ein bisschen lauter. Ja, 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 ja. Das finde ich super. Weg mit der alten Scheiß halt. Gehdrücken vielleicht mal. Gehdrücken vielleicht mal, genau. Aber ich wollte hier eigentlich reingucken. Gut, wie kommen wir jetzt hier weiter? Ist ja schön und gut... Ah, da. Ist schön und gut, dass wir das geschafft haben. Die Kiste wenigstens noch nicht bekommen. Da war echt richtig geil. Also, die Eisenbrust ist eigentlich nur drin gewesen. Aber das ist halt schon geilo. Kann man die von hier... Ja, geht doch. Ich hau meine Leertaste gerade so hart, damit die jetzt nicht nochmal einfach nicht springt. Was ist das denn? Dem Typen hat man doch irgendwann mal den Kopf geschissen, Alter. Muss man jetzt von... Alter, das... Ich wollte es wirklich so machen. Es war kein irgendwie lustiger Zufall, sondern ich habe mir überlegt, wie ich es mache. Und es hat geklappt. Kann ich hier noch die Kiste... Oh, ne. Ich kann hier nicht mehr die Kiste bekommen. Aber ist mir egal. Okay. Denkt dran. Ich kann nicht mehr hier auf E drücken, um das Inventar aufzurufen. Ich habe keine Angel bekommen. Ist auch schön. Ah, wer braucht Angeln? Ah, ich brauche auch nicht ins Inventar gucken. Komm. Der nächste Hit gewinnt. Was? Wie viel der noch ausgehalten hat, Alter? Und sofort kommt ein Abstorben. Let's play meine Tee. Let's play meine Tee, Alter. Richtig gute... Ja, und ich werde zurückgepackt. GG. Super. Let's play meine Tee. Tolle Community hat play meine Tee da. Okay, Abstorben gehört halt irgendwie zu Minecraft hinzu. Und deshalb machen wir das jetzt auch einmal. Komm, direkt ein Double. Komm her. Boost. Wow. Useful TNT. Und dann hat er keinen Hit mehr bekommen. Was ist denn heute los? Nein, geht weg. Low Ground. Habe ich den bekommen? Oh. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Oh. Nein. Nein, ich habe es verkackt. Alter, ich bin dämlich. Ich habe die Eisenhose echt super spät gesehen. Ich habe mich darauf konzentriert, einfach richtig schnell die Kisten auszuleeren. Kämmt da einer oder ist der gut? Ne, der kämmt anscheinend nicht. Der ist einfach nur gut. Oder der hackt. Keine Ahnung. Pink Stelle ist ja super ein Name. Da drüben ist angeblich irgendwo einer. Ich habe mich gerade echt so sehr aufs Kisten looten konzentriert, weil ich... Also, was heißt looten? Schnell looten einfach. Ich habe irgendwelche Items schnell rausgeklickt, die ich irgendwie sehen konnte, die ansonsten so gut war. Weil ich Angst hatte, dass gleich wieder einer von hinten kommt und mich bumst. Und... Ah, da ist einer. Nein, 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 nein. Dove Idee. Oh, lol. Hat mich gar nicht mehr verfolgt. Sieben Gold. Eins würde fehlen. Ey, dieser Pinkstellen-Typ, ne? Der macht schon... Ne, da gehe ich nicht rein. Da gehe ich nicht rein. Ja, der Typ wird zwar gewinnen, aber egal. Also, ich glaube nicht, dass ich mir kommen kann. Ich habe so noch nicht einmal gegen den gekämpft, aber ich bin erstmal unzuverlässig, äh, unzuversichtlich. Und kann nicht G drücken anscheinend. Nein, Alter. Ja, der Typ gibt halt krasse Kombos da noch. Lass mich kurz vollrecken, ja? Na, da hast du doch Angst in deinem... Ey, dieser Typ, was... Ich hasse dreckige Angelplayer, ne? Ja, was war... Was gibt der für Hits, Alter? Ey, dieser Typ! Was sind das für Hits, bitte? Das ist nicht normal, Alter! Ich habe halt auch nicht mal eine Rod. Ich kann mich nicht mal dagegen wehren. Ja, das ist verloren für mich. Ich kann jetzt entweder versuchen wegzurennen. Einfach erstmal ein paar halbe Stunden. Ein paar halbe Stunden auf jeden Fall. Schöne Zeitangabe. Ich bin so dead, Alter. Ich wollte hier gerade nicht hochspringen, weil ich sonst eh zurückgepackt werde. Ich will nicht, nee. Wie ich einfach richtig langsam nur regeneriere. Oh, ich habe ihn sogar! Lol! Das habe ich nicht... Also, ich hätte es echt nicht gedacht, dass ich den bekomme. Auch nur einmal. Ich habe halt keine Rod, Alter. Ich habe keine... Komm! Oh Gott, ich habe ihn noch mal bekommen! Lol! Wenn ich das jetzt noch gewinne, bin ich ein kleiner Hacker. Okay, wir können es gewinnen. Musik ist aus, aber brauchen wir jetzt noch kurz mal nicht, weil das... Will er sich jetzt... Will er sich... Will er sich... Also, ich weiß nicht, ob er jetzt gerade... Ah, nee, da kommt er an. Okay. Okay. Ja! Ja! GG! Lol! Ich hätte nicht gedacht. Also, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich gewinne. Ja, ich habe richtig dolle Hex. Ich habe richtig, richtig krasse Hex auf jeden Fall. Ähm... Auf jeden Fall... Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das noch gewinne. Der hatte ein Leben mehr als ich. Und vor allem hat er mich erstmal viel besser gehetet, als ich ihn. Naja, aber mir soll es recht sein. Äh, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen, wenn sie auch uncut ist. Und mit scheiß Musik und teilweise auch ohne Musik. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!